Ich habe Verständnis dafür, dass die Leute enttäuscht sind und sauer sind. Und wenn ich derjenige bin, der das Problem ist und diejenigen, die das rufen, sind ja Einzelne. Ich glaube, das muss man dann auch wegstecken. Ich bin da auf keinen sauer. Jeder ist heute im Stadion gekommen mit der Erwartung, dass wir gewinnen. Ich auch und die Mannschaft grundsätzlich auch, aber wir haben es heute nicht auf der Platte bekommen. Und es war das erste Mal seitdem meine Rückkehr, dass wir, ich sage jetzt mal wirklich, so einen rahmenschwarzen Tag hatten. Insgesamt von der Zweikampfführung in der Organisation. Und dass man dann jemand sich vornimmt, ich denke, das ist dann im Fußball schon auch vorgekommen.